Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr Gefahrnummer Kemmler Zahl Originalamtlich Französisch Numero de Identification de Danga Englisch Hazard Identification Number ist eine Kennnummer, die für alle gefährlichen Stoffe einheitlich festgelegt wird. Sie ist die obere Nummer auf den auf allen Gefahrguttransporten angebrachten orangefarbigen Warentafeln Gefahrentafeln und beschreibt die Gefahr, die von dem Transportgut ausgeht. Hier nun ein paar Beispiele. 30 entzündbarer flüssiger Stoff Flammpunkt 23 Grad bis 61 Grad oder entzündbarer flüssiger oder fester Stoff in geschmolzenem Zustand mit einem Flammpunkt über 61 Grad auf oder über seinen Flammpunkt erwärmt oder selbst erhitzungsfähiger flüssiger Stoff. X423 entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet. 58 oxidierender, brandfördernder Stoff, ätzend. 90 umweltgefährdender Stoff, verschiedene gefährliche Stoffe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017